Xiamen ist eine Küstenstadt im Südosten der Volksrepublik China und im Süden der Provinz Fujian. Sie ist eine der 15 Unterprovinzstädte des Landes. Ihr Zentrum liegt auf einer dem Festland vorgelagerten Insel gleichen Namens und verfügt über einen eigenen Flughafen. Allgemeines Xiamen ist auch bekannt unter dem lokalen Namen Amoe, der gleichzeitig der Name des dortigen Dialekts ist. Die Stadt gehört zu den ökonomischen Zentren des chinesischen Küstengebietes. Xiamen hat den Beinamen Kranichstadt, weil sich angeblich durchziehende Kraniche hier niedergelassen hatten. Vor der Insel Xiamen liegt das berühmte Insel Chengu-Langyu, das zum Stadtbezirk Sieming gehört. Das Klima der Stadt ist subtropisch, die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 21 Grad Celsius. Administrative Gliederung Xiamen setzt sich auf Kreisebene aus sechs Stadtbezirken zusammen. Zwei dieser Stadtbezirke, Sieming und Huli, nehmen die Insel Xiamen ein. Stadtbezirk Sieming, 75 Quadratkilometer, 440.000 Einwohner, Süden der Xiamen-Insel. Stadtbezirk Huli, 61 Quadratkilometer, 130.000 Einwohner, Norden der Xiamen-Insel. Stadtbezirk Haikang, 155 Quadratkilometer, 130.000 Einwohner im Südwesten. Stadtbezirk Shemai, 268 Quadratkilometer, 290.000 Einwohner im Mittleren Westen. Stadtbezirk Thuan, 658 Quadratkilometer, 330.000 Einwohner im Nordwesten. Stadtbezirk Xi'angang, 352 Quadratkilometer, 250.000 Einwohner im Nordosten. Ethnische Gliederung der Bevölkerung Siamens. Der Zensus des Jahres 2000 zählte 2.053.070 Einwohner Xi'amens. Geschichte Xi'amen wurde seit 1541 von Europäern als Handelshafen genutzt und war im 19. Jahrhundert der Hauptexporthafen für T. Xi'amen war bis zu seinem Rückzug vor der Kuying-Dynastie nach Taiwan der letzte Stützpunkt von Tseng-Shen-Gong, der als Kriegshet der Ming-Dynastie und Piratenanführer bekannt wurde. Mit dem Vertrag von Nanjing, der den ersten Opiumkrieg beendete, wurde Xi'amen einer der für Großbritannien geöffneten Vertragshilfen. Wirtschaft Übersicht 1981 wurde Xi'amen eine der ersten vier Sonderwirtschaftszonen Chinas. Seit 2001 bestehen im Rahmen der Three Mini Links regelmäßige Post Transport und Handelsverbindungen zur nahegelegenen von der Republik China auf Taiwan kontrollierten Insel Kinmen Wirtschaftliche Daten Bruttoinlandsprodukt 64,8 Milliarden Renminbi Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 42.270 Yen Renminbi Platz 1 in Fujian Exporte 8.793 Millionen US-Dollar Importe 6.391 Millionen US-Dollar Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt hier um ein mehrfaches über dem Durchschnitt der Provinz. Zahlen Fujian Statistical Yearbook 2003 Unternehmen im Großraum Xi'amen haben sich zahlreiche Betriebe der Elektroindustrie niedergelassen, so auch die Xi'amen Horfer Elektroakustik Co. LTD, der Relais und elektronische Bauteile, etwa für Haushaltsgeräte, für den Weltmarkt herstellt, unter anderem für den deutschen Markt. Ebenso dort ansässig ist das auch auf dem europäischen Markt aktive Unternehmen Kinglon, sowie die Neonite Electronic & Amplighting LTD, die für die deutsche IDV GmbH Energiesparlampen herstellt. Zu den landesweit bekannten Unternehmen aus Xi'amen gehört die Fluggesellschaft Xi'amen Airlines, die dem drittgrößten Fluggesellschaftsbündnis Chinas Avern Airlines beigetreten ist. Im Logo von Xi'amen Airlines ist ein Kranich zu sehen, der auf die Kraniche von Xi'amen zurückgeht. Hafen 2010 schloss sich der Hafen von Xi'amen mit dem benachbarten Hafen Zetangzhou zusammen. Dieser größte Umschlagplatz im Südosten Chinas hatte im Jahr 2013 einen Seegüterumschlag von 191 Millionen Tonnen, davon 8,1 Millionen T.E.U. und war damit der achtgrößte Containerhafen Chinas. Bis zum Jahr 2018 sollen für umgerechnet 16 Millionen US-Dollar vier Terminals mit speziellen Liegeplätzen für Kreuzfahrtschiffe ausgebaut werden. Bildung Zahlreiche führende Universitäten sind in Xi'amen angesiedelt. Zu den führenden Hochschulen gehören die Xi'amen Universität, die Jemai Universität und die Universität der Übersee Chinesen. Zu einer bedeutenden Partnerschaft im Bildungsbereich zählt die Hochschulkooperation zwischen der Jemai Universität im Stadtbezirk Jemai und der Technischen Hochschule Wildau in Deutschland, die im Jahr 2008 unterzeichnet wurde. Seitdem hat sich ein reger Austausch zwischen den Studenten und Dozenten beider Hochschulen entwickelt. Das Freshman Institute der Fachhochschule Aachen wählt seit dem Jahr 2007 in Xi'amen einen Teil seiner künftigen internationalen Studenten im Rahmen eines ganztägigen Assessment Centers aus. Die Xi'amen Universität betreibt ein Konfuzius-Institut an der Universität Trier. Im internationalen Bereich hat die von ihr veranstaltete Xi'amen Academy of International Law, die einmal jährlich stattfindet, Bedeutung erlangt. Die Stadtberufshochschule Xi'amen unterhält freundschaftliche Kontakte zu Hochschulen in Polen, Italien und Deutschland. Tourismus Im Jahr 2002 besuchten 673.718 Touristen die Stadt Xi'amen auch wegen ihrer attraktiven Küstenlandschaft. Wesentlicher Teil des Tourismus dürfte chinesischer Tourismus sein. Bedeutendes Ausflugsziel Xi'amens ist die nur wenige hundert Meter entfernt liegende Insel Gulangyu, die autofrei ist und die dem Blick erlaubt auf die Schulstadt Jemai sowie auf die größtenteils zu Taiwan gehörende Inselgruppe Quemoi. Die Überfahrt im Stehen mit der Personenfähre, die die Strecke in ein paar Minuten hinter sich bringt, kostet hin und zurück 8 RMB. An Sonntagen ist die Fähre eng gefüllt. Die Insel lässt sich an einem halben Tag gut erwandern. Die Wege sind, um sie trotz der starken Niederschläge gut begehbar zu belassen, keine Naturwege. Die Insel ist eigentlich ein Kleinod an kolonialer Architektur. Leider ist der Zustand der Bauten und der umliegenden Grundstücke oft jämmerlich. Es ist vieles dem Verfall preisgegeben, obwohl es sicherlich insbesondere aus touristischer Sicht erhaltenswert wäre. Das Orgelmuseum ist aus musealer Sicht desaströs. Das Aviarium entspricht offensichtlich nicht internationalem Standard. Highlights Die Statue von Tsengshenggong und der Sunlight Rock, letzterer mit Rundblick vom höchsten Punkt der Insel. Die Insel bietet ein typisches Beispiel für eine chinesische touristische Attraktion mit ihren Straßenhändlern. Restaurants und Devotionalienläden ETC Touristischer Anziehungspunkt ist auch der am Meer gelegene, im traditionellen Stil gehaltene Campus der Xiamen-Universität. Von Xiamen aus können die Rundhäuser der Haka im Kreis Yonding besucht werden. Die 2008 von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurden. Partnerschaften Xiamen unterhält zahlreiche Partnerschaften zu ausländischen Städten, Kadiff in Großbritannien, Sasebo in Japan, Cebu auf den Philippinen, Baltimore in den Vereinigten Staaten, Wellington in Neuseeland, Penang in Malaysia, Trier in Deutschland, Bilder. Punkt, 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 Punkt.